Mein Name ist Norbert Gewickin. Ich bin Johannes Sittinger. Ich bin die Elke Braunbiller. Josef Schweinberger. Mein Name ist Johanna Mitterer. Mein Name ist Christian Bernreiter. Ich bin Andrea Vössberger. Mein Name ist Gertrud Malz-Schwarzfischer. Ich bin Dr. Josef Paukner. Mein Name ist Matthias Klöffel. Mein Name ist Siglinde Eichhammer. Mein Name ist Jörg Zitzelsberger. Mein Name ist Andrea Gebhardt. Mein Name ist Marcel Huber. Ich bin der Bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzminister. Ich bin Hausbesitzerin. Umweltschützer. Ich bin Sprecher der Bürgergruppe Wertach-Vital 2. Ich bin Landtagsarchitektin und Stadtplanerin. Ich bin Landwirt. Ich bin Bürgermeisterin von Regensburg. Feuerwehrfrau. Erster Bürgermeister der Stadt Buchlohe. Ich bin Präsident des Bayerischen Landkreistages. Ich bin Hotelier. Ich bin Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer Bau. Rettungstaucher und Hochwasserschützer. Und Hochwasserschützer. Und Hochwasserschützerin. 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 Und Hochwasserschützerin. Und Hochwasserschützerin. Und Hochwasserschützerin. Untertitelung des ZDF, 2020